Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix, okay. Ist grad doof, wenn wir da draußen sind und dann wird da wacht. Das wäre nicht so günstig. Ne, ich muss da hin, hilft nix. Alter. Schwarze Wolle hier, komm, hol die schwarze Wolle hier unten. Jupp, bin dabei. Okay, bin sofort wieder da. Jupp. Pass auf die Off-Lays. Wir bauen uns kurz ein. Wir bauen uns kurz ein. Oh, das ist n... Ich hab nochmals von Schiss, ne? Oh, shit. So, alle drei Kinder wach, alles ist richtig. Ja, also pass auf, die laufen da draußen grad bei der Wolle rum und sneaken. Bei welcher Wolle? Die, wo ich grad abgebaut habe. Ich hab mich eingepuddelt und sneake jetzt auch. Ja, soll ich mich jetzt nicht mehr einloggen oder wie? Aber bin ich überhaupt ausgeloggt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ne? Hätte ich mir nicht ausgeloggt, das wäre ja ein bisschen unfair gewesen. Dann wäre ich jetzt tot gewesen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, sowas versteht jeder, ne? Ja. Ja, was mach ich jetzt? Eindocken? Also, ich weiß es nicht. Sie sind... Moment, ich sehe sie wieder, die Namen. Die sneaken hier rum. Super. Jetzt kommen sie in meine Richtung, die kommen in meine Richtung, die kommen in meine Richtung, die kommen in meine Richtung. Wie weit warst du von mir weg? Wie weit warst du von mir weg? Nicht weit, nicht weit, nicht weit. Oh, die laufen über mich drüber. Oh, gut, das ist Team Schwarz. Die wissen auch, ihre Wolle war. Ich lock mich jetzt mal nicht ein. Ihr müsst das verstehen, Zuschauer. Das ist jetzt gerade ein bisschen spannend hier. Oh, die laufen da immer noch rum. Wollen die mich verarschen? Ich glaube schon. Und die buddeln hier. Ach du Scheiße. Max schreibt gerade, tut mir leid, ich bin vom TV eingepennt. Ja, Pech gehabt, weg ist er. So. Ey, die buddeln mich jetzt gleich aus, ne? Ja. Soll ich mal... Ich connecte mal. Oder soll ich nicht connecten? Haben sie sich ausgebuddelt, oder? Ja. Nein, oder? Ach, da. Da unten. Ich bin da auch da. Ich bin da, genau bei denen. Ich gehe raus, ne? Ja, gehe raus. Ich bin genau da. Ich habe David. Helfen bei mich. Yes. 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 Wahnsinn. Puh, ich muss jetzt erstmal hier einmal blau und einmal schwarz. Puh. Na, ist schwer, lol. Ja. So, ein Life mehr und da müsste noch irgendwo eine Wolle sein, ne? Ja, ich habe die wohl aufgehoben jetzt hier. Ich habe auch noch eine schwarze. Puh. Schmeiß mal die schwarze Wolle irgendwo hin. Schnell, 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 schnell. Und dann gucken wir mal, was wir noch einsammeln können. Ich mache mal ganz kurz was und zwar, zack, zack. Das ist schön, ich locke mich ein und wusste nicht, was ich machen sollte, ne? Oh, ja, das ist gut. Oh, scheiße. Ich habe gerade eine Protection 2 Brust Eisen weggeschmissen, aber egal. Wir haben doch beide Dings. Was willst du denn? Protection 2 Eisen. So, das weg. Boah, die haben so viel Müll dabei, ne? Ähm, Sattel. Bone Meal. Äh, ich habe ein Sharpness 2 Schwert übrigens, ne? Das ist super. Protection 1, den behalte ich mir. Den kann man noch irgendwas sammeln. Schneewelle. Protection 1 Hose. Brauchst du eine Protection 1 Hose? Ne, ne? Ne. Äh, Wassereimer. Lava Eimer. Normaler Bogen. Pickaxe. Weg damit. So, das ist nicht mehr verzaubert, das ist nicht mehr verzaubert. Boah, da haben mich die echt ausgebuddelt, ne? Ja, ich bin aber nicht gerade rechtzeitig hier gekommen. Oh mein Gott, ey. So, geh weiter. Ja, da liegt auch nichts mehr. Ja, von daher ist es, müssen wir noch eine Wolle passieren eigentlich? Äh, ja. Ja. Komm, wir gehen mal weiter. Kommst du? Ja, ich habe mir nur meine Lava wieder mitgenommen. Können wir mal kurz ausschauen? Ich habe jetzt noch Protection 1 Schuhe hier und Protection 1 Hose und eine Protection 1 Helm. Ich habe die ganze Rüstung von denen verbrannt. Ich habe 18, äh, ne ich nicht, weil ich habe ja den Protection 1 Helm könnte ich mir auch mal noch drauf machen. Ich weiß, ich hätte, ich hätte mir auch die Protection 1 und Sachen von denen anziehen können, aber ich war gerade so nervös, dass ich alles in den Lava geschmissen habe. Ja, ist alles gut. Ich habe 18 Level auch, also eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir wieder zurück in unsere Basis gehen. Ich würde gerne noch einmal, ne blaue Wolle, blaue Wolle, blaue Wolle, ne das ist ein Lapislazuli-Block. Fuh. Eine Wolle wäre nicht schlecht, weil wir noch eine schwarze Wolle unten haben, ne? Ja. Eine blaue Wolle jetzt noch zu finden ist, glaube ich, äh, nicht mehr. Ich glaube, wir haben bestimmt die letzte aufgehoben. So, warum sind noch zwei Lapislazuli-Blöcke? Was haben wir denn hier? Boah, die haben mich aber trotzdem auf die Hälfte runtergekloppt, ne? Ja, gut. Aber Mifi hat ja von dir aber noch einen Hit gebraucht, ne? Ja. War also relativ schnell erledigt. Hat er doch gut getroffen. Ich habe allerdings auch ein Schadmus-2-Schwert, ne? Äh, Moment, das habe ja ich auch jetzt. Gleich mal umändern. Hier Schadmus-2? Mhm. Und du hast noch das Schadmus-1-Schwert, ja? Mhm. Das heißt, wenn wir nochmal einmal Schadmus-1 kriegen, können wir ein Schadmus-3-Schwert machen. Ich habe noch zweimal Schadmus-1. Also ich habe eins mit Unbreaking und Schadmus-1. Ja. Und eins mit Schadmus-1. Habt du das noch eins mit Schadmus-1? Mhm. Ja, dann können wir ja ein Schadmus-3-Schwert herstellen. Mhm. Wenn wir in unserer Base sind. Ich weiß noch nicht, wie wir noch rumrennen müssen, aber... Wir müssen erstmal noch eine Wolle platzieren. Wann nicht, vielleicht hier oben irgendwo? Hier, so in das Loch rein. Wann ich nicht, ja. Ich weiß nicht, ob das hier Boden ist, oder was ist das eigentlich Boden, ne? Willst du mal platzieren, du mal. Ich passe auf. Du bist mir zu nervös da im Loch in meinem Laufpark. Ich bin live. Und wenn hier einer hochkommt, sieht er das natürlich, ne? Aber gut. Wer klettert hier schon auf diesen Berg hoch? Ja, perfekt. So. Kommen wir hier auch vorne wieder runter, oder ist das hier so ein Überhang, wo wir nicht runterkommen? Ne, doch, es geht. Es ist ein ganz normaler Berg, es zählt, also. So, irgendwo eine Wolle da unten. Guck auch schon die ganze Zeit da runter. Bist du hinter mir? Ja, so ein ganz kleines Stückchen. Naja, ich sehe schon. Au. So, da kommen wir wieder in den Wald. Ach, ich drücke mal die Falschflasche hier. Da könnte vielleicht noch irgendwo eine Wolle sein. Wo bist du jetzt? Ich gehe schon wieder in den Berg runter. Da hinten ist eine Kiste, WTF. Die kleine Kiste, die wird vom Staat sein noch, oder sowas. Eine Einser-Kiste? Ne. Ne, vielleicht davon eine andere Kiste abgebaut. Möglich. Nix drin, ne? Nö. Boah, hier, hier ist aber auch dicht, 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 das Fichten, Fichten, die Gichte. Ist das nicht schon wieder unser Wald, wo wir auch drin sind? Äh, ich glaube noch nicht ganz. Bist du wo? Da hinter mir, okay. Hinter dir, ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen auch nach rechts gehen. Hier war meine Wolle. Ich gucke mal hier so ein Stück rechts rum, ne? Ja, ich bin links an der Hand. Ja, ja, alles gut. Schwarze Wolle. Ja? Nice. Ja, brauche es ab. Dann müssen wir, ja gut, vor dem brauchen wir jetzt einen Moment. Keine Angst haben, ne? Die haben ja eben mehr als genug Leben. Wo bist du denn jetzt? Ich komme jetzt wieder so ein bisschen zum Rand raus. Das ist halt nicht... Das ist hier zu dicht, um uns irgendwie zu sehen hier. Das ist schrecklich. So, ich bin jetzt, ich sehe jetzt quasi wieder... Ah, da unten sehe ich dich, glaube ich. Bist du noch hinter mir? Wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Oder was? Ah, da unten läufst du. Seh dich. Wo bist du denn? Seh dich. Ich weiß nicht, wo du bist. Komm zu mir, bitte. Ah, da unten bist du. Okay, ich sehe dich jetzt. Wenn du jetzt oben auf dem Baum bist. Nö. Ah, okay. Ja, laufen wir zu unserem, ähm, zu unserem Ding, ne? Jupp. Muss aber auch hier irgendwo sein, glaube ich. Ist das, glaube ich, unser Wald? Ja, wir waren halt bei einem Fluss, ne? Ach, Jo, ist das komische Holzhaus. Sobald wir den Fluss finden, ne? Ist das komische Holzhaus, wo wir letztes Mal drüber geredet haben? Mhm. Bist du noch unten? Noch an einem Rand, oder was? Oder wo bist du? Ich bin unten am Rand, ja. Okay. Das Ablaufen, ne? Nicht, dass wir da vielleicht... Also, wenn ich jetzt noch eine Wolle finde. Naja, wir sind wieder zu Hause. Ja? Glaube ich. Meinst du hier ist ein Fluss, oder was? Mhm. Hä, ich sehe keinen Fluss. Wo siehst du hier einen Fluss? Ach, hier ist ein Fluss, okay. Moment, das ist noch nicht unser Zuhause. Ne, 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 ne. Ich glaube, wir müssen noch über den Berg hier drüber und dann... Okay. Wo ist denn eigentlich Team Gelb im Moment? Die rüsten sich wahrscheinlich mit Full Deer aus, ne? Ich schätze auch mal, ja. Wir haben jetzt das führende Team, das ist gerade umgehauen. Mhm. Bist du hinter mir, oder wo bist du? Ja, genau hinter dir. Okay. Ah, Schwert. Wegschmeißen. Mir ist das dritte Mal passiert schon, ey. Zum Glück nicht, als ich gegen Daraus gekämpft habe. Da ist unser Zuhause. Ah, Zuhause ist doch am schönsten. Wir gehen so runter verzaubern, machen die Wolle noch weg. Und dann, äh... Gleich wieder nach oben. Genau. Ich habe alt 18 Level. Ich muss eigentlich was essen. Warte mal an, das will ich alleine rumlaufen in der Zeit. Okay. So, zack, zack. Zur Not haben wir auch eine Enderperle zum Flüchten, ne? Machst du auf? Gut. Neun Schuss. Hast du Dreck zum zum zumachen, oder? Mhm. Okay. Aber nicht mehr viel, nur noch zwei. Und der Rest müsstest du zumachen. Ach, ist es zu mit zwei, oder nicht? Nein. Ah, shit. Weil du hast den Dreck eingesammelt. Warte mal, warte, spiele, spiele unter uns. Dalu, Dalu, Dalu. Unter uns? Unter uns, direkt unter uns. In unserer Base. In? Ja, komm, lass es runter. Egal, ob da oben zu ist oder nicht. Ja, dann sneaken aber runter. Ah, das dauert ja ewig. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Bin genau hinter dir. Jetzt, Nick, wo sind sie? Rechts von uns ein bisschen. Da, da, da. Genau da. Ja, ich sehe sie. Da, da, da. Ja, ja, hier. Rauf da, rauf da. Ich klatsche gerade, Stigo. Stigo ist tot. Wo ist der andere? Da hinter uns. Pass auf, lava, lava, lava. Lava, lava, lava. Hier mit der Enderperle hinter dir. Pass auf. Na, wo willst du denn hin, also? Ich muss was essen. Ich komm da nicht hin. Ich komm nicht hin wegen dem scheiß Wasser. Beide dich mal. Wo mein Herz geht. Frag mich mal. Hier ist mir so viel Lava hier. Der ist hinten unterwegs. Bist du hinter mir, oder? Ja, ich bin genau hinter dir. Rechter Gang, rechter Gang. Boah, scheiße. Spinne. Der Zombie ist einfach weitergegangen. Der müsste ja auch weitergegangen sein. Der sich irgendwo einbuddelt, dann hat... Ach, da vorne ist er noch. Ja. Wie seid ihr denn da hingekommen? Hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Ist er hier lang ran, hier dran? Oh mein Gott. Ich frage es nur, wo? Ich glaub, der hat sich hier... Warte mal, warte mal. Geh doch weg, ich will buddeln. Oh, ich war schon fast abgebaut. Ich hab zwar kein... Das sah so aus, als wäre er hier gewesen, ne? Ja, ist aber nicht. Ne, der ist jetzt weggekommen hier unten drin. Das gibt's ja nicht, oder? Den findest du jetzt nicht mehr. Das Problem ist, ich glaub, die ganzen Sachen von Chigo sind auch verbrannt, ne? Ich frage es, was haben sie uns geklaut? Geh mal zurück in unser Lager wieder. Das hat ja so keinen Sinn hier. Hm, ich hab noch eine schwarze Wolle dabei, ne? Hast du die Wolle von ihr bekommen? Ich hab da gar nichts aufgehoben. Warte mal, äh... Den Crafting-Tier, glaub ich, gekriegt. Nein. Die Frage ist, wenn sie unsere geheime Kiste nicht gefunden haben, ist es ja sowieso egal, ne? Hast du da alles reingeräumt da gehabt? Mhm. Aber dann müssen wir jetzt umziehen, auf jeden Fall. Dann können wir nicht hierbleiben. Also wir verzaubern jetzt noch da, weil wir sowieso da unten sind. Moment. Hier geht's runter, oder? Ja. Der Verzauber jetzt noch da und dann haben wir... Ich hoffe, der Verzauberungs-Tisch ist noch da. Hm, der wird wahrscheinlich weg sein. Die wollen doch nur Zuckerrohr. Wo ist unser Gang? Du läufst, das hat falsch, glaub ich, gerade. Kann das sein? Ich glaub auch, ja. Wir müssen ganz nah an der Schlucht sein. Wir sind nicht weit von der Schlucht weg. Okay. Oh mein, ich hab immer noch so kalte Finger. Wo ist denn das Scheiß jetzt hier? Ey, wir haben so scheiße gebuddelt, ne? Du gehörst mir genau entgegen mit der anderen Seite. Ich find's nicht. Ich find nicht, hier geht's auch noch einen Gang lang. Toll. Du kommst mir schon wieder entgegen. Sieht gut aus, wa? Es muss irgendwo hier hinten sein, eigentlich. Oh, was ist er? Hier ist unsere Kisten hier hinten. Zuckerrohr ist noch da. Die wissen, wo es da lager ist. Ich baue den kompletten Zuckerrohr ab, ne? Hm. Ich hab' überhaupt keinen Platz hier. Ich muss immer eins. So, ich guck mal, ob ich noch irgendwie, ob da noch irgendwas liegt, ne? Da ist die ganze Lava. Mach das. Ich hab' cambiar's. Ich hab' beauty. to... mich mit dir Abend.